Hallo, blau-beiße Schalke 04 Fans. Wir haben tolle Neuigkeiten für Sie. Ein großer Neuzugang in unserem Kader steht vor der Tür und wir können es kaum erwarten, dieses Talent auf den Rasen des glorreichen Schalke in Aktion zu sehen. Unser Vorstand arbeitet hart daran, Spieler zu gewinnen, die unserer Philosophie und unseren Werten entsprechen, und es sieht so aus, als ob wir kurz davor stehen, einen weiteren großen Neuzugang zu erzielen. Ein Offensivsportler, gerade einmal 19 Jahre alt, steht mit einem Fuß in der Welt ins Arena und glaubt mir, seine Fähigkeiten werden jeden in Erstaunen versetzen. Bevor Sie fortfahren, abonnieren Sie hier den Kanal, auf dem ich jeden Tag die neuesten Schalke-Nachrichten veröffentliche, um sie auf dem Laufenden zu halten. Der Transfer von Lusuf Kabadayi vom FC Bayern München zu unserem geliebten S04 ist offiziell vereinbart. Stimmt, Leute! Dieser talentierte 19-jährige Flügelspieler kommt als Leihgabe mit Kaufoption. Unsere ständigen Bemühungen haben sich gelohnt und Yusuf wird endlich das Schalke 04 Trikot tragen. Unser Sportdirektor André Hechelmann ist ebenso zufrieden wie wir und meinte, er passt mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Einstellung perfekt zu unserer Philosophie. Und Trainer Thomas Reiß freut sich riesig über Yusufs Ankunft. Er glaubt, dass der Spieler unserem Spiel zusätzlichen Schwung verleihen und unserem Team noch mehr Stärke verleihen wird. Sie wundern sich bestimmt über diese Kaufoption, oder? So ihr Lieben, den Berichten zufolge hat der FC Schalke 04 definitiv die Chance, Yusuf Kabadayi für rund eine Million Euro zu verpflichten. Was halten Sie von diesem Booster? Kommentieren Sie Ihre Meinung über ihn. Das ist es also, blau-weiße Familie. Bleiben Sie hier auf dem Kanal auf dem Laufenden, um weitere Updates zu unserem geliebten Schalke 04 zu erhalten. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.